Hey! Herzlich Willkommen! Wir sind heute in Olten und hier treffen wir unter anderem Levin und er hat es kapiert. Wir sind heute in Olten und wir haben uns heute einen Tag erwartet. Die einen oder anderen fragt sich natürlich was machen wir hier in Olten? Im Olten habe ich geschaut, ob es ein Café gibt und ich habe geschaut, ob es hier steht. Wenn nicht, ist es ein richtiges Fail. Und unter anderem kam noch Lewin. Und ich meinte, wir schauen mal, ob das Café überhaupt dort steht. Und ich habe auch mein Gefühl, es steht nicht dort. Hey Guys, es steht hier, das Café. Und der Mann dort hat jetzt gerade Herzensucht. Das war scheisse. So, aber das Café steht hier. Und jetzt heisst es nur noch, dass wir auf Lewin warten. Und übrigens mal ein Dankeschön an Joshua, der jetzt die ganze Firma hat. Gern geschehen. Den habe ich heute Morgen mal schön richtig cool begrüsst. Kurz einschnitten. Also du bist so ein Michi, weisst? Joshua, ich bin so begrüssig, aber am Morgen so begrüßig. Ja, weisst du, ich bin so Dinksi, so voll kassiert drauf. Bis dann kommt der einfach und sonst runter. Ja, jedenfalls warten wir jetzt mal, bis Lewin da kommt. In der Zeit kann Joshua eigentlich mal spielen, oder? Seit wann kannst du so gut spielen? Ich schwöre halt. Ich schwöre halt. Ich schwöre halt. Ich schwöre halt. Really, nigga? Das ist in der Zuschauer gerade Koi. Er ist ein bisschen chillt, weil er nachher noch weiter muss. Wir sind ja halb Stunden da und er ist schon bereits Tags. Also ein richtig korrekter Typ. Wenn ich ihn finden, verlinke ich sein Insta hier unten dran. Und würde sagen, mal schauen, was der Tagsdagschnussel bringt. Aber jetzt wird's englisch. Und das ist ja. Ruhige, hier ist ja. Danke. Und das ist es für mich. Oder ist es für mich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020